Dominar Staffel 1 Folge 4 und wir haben gerade eben einen großen Sieger rum und er hier mausert sich langsam zum Geheimtipp, das Upset. Okay. Und ja, weil er so gute Arbeit geleistet hat, werde ich ihn vielleicht mal ein wenig pimpen. Bessere Waffe, besseres Schild, vielleicht mal hier so ein bisschen und das kann er noch machen, ja, so. Wobei der nächste Kampf wird ohnehin vom Paulus bestritten, wobei der echt lang braucht, bis der jetzt hier mal was macht. Das ist schon gar nicht mal so cool. Wie ist denn das eigentlich? Was machst denn du da? So. Critical Strike. Oh, kann ich gar nicht. Ich verkaufe mal wieder ein bisschen Frischfleisch. Kann ich jetzt? Ja. Jetzt geht's. Er übt jetzt wieder. Das ist gut. Das ist wichtig. So, und er hat jetzt improved. Aber ich habe leider keine Kohle. Ach, Auto-Upgrade sollte ich vielleicht mal einstellen. Das ist natürlich sehr schlecht gewesen. So, du hast jetzt hier, du bist invisible. Dann könnte ich doch mal erwarten, dass du mir... Jetzt machen wir erstmal einen Pitfight. Hallo? Hallo? Achso, ich habe hier gar nicht mehr... Ne, machen wir keinen Pitfight. Ne, wir haben nichts, haben. Bringt das nicht viel. Ah, Upgrade zum Centurion-Shield. Das finde ich aber nett. So, du könntest mal Stones machen. Geht jetzt eigentlich hier mit der Glücklichkeit aus. Bist du happy? Der ist eh noch happy. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt hat er voll Dings gehabt, ja. Volle, äh... Breitseite. Und trotzdem... ...alles Mist. Er ist pleased. So, weiter. Ne, das ist doch klasse. Mehr brauchen wir doch nicht. So, was hat denn der noch? Achso. Schrottkarten... ...Faber. Kann nichts machen. So, was haben wir denn da? 27 Damage. Ganz arme Wurst. Da schicke ich dann meinen... ...Decimus rein. Das sollte eigentlich noch mal sein. Ja, das ist ein ganz lockerer Kampf. Ein und zwei. Locker, verlocklich aus der Hüfte geschossen. Run Speedboost. Okay. Und was hast du denn momentan für Karten? Training Speed. Achso. Das für den Training Speed ist eine feine Sache. Nur, ähm... ...stellt sich da ja doch schon die Frage... ...ob ich da nicht jedes Mal wechseln müsste vor dem Kampf. Also, Karten wechseln müsste, das ist schon nervig. Gerade, weil ich mir diese komische Löschenkarte reinschieben muss. Ha! Oh ja, die kämpfen. Und es passiert gar nichts. Auch nicht schlecht. Aber... Paulus wieder mal... ...Weapon Drain Speed. Ein Paulus wieder mal ganz oben mit dabei. Was ist jetzt los? Wir schauen auf die Hörer. Okay, vier Coins. Respectful decline the offer. Ja, dann machen wir das mal. Da. Running Speed increase bei 35%. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Was wir jetzt auf jeden Fall machen... Was ist denn mit dir... Achso, Architekt. Du machst nochmal... Paulus. Und du könntest jetzt endlich mal weitermachen hier. Und du... Also, von dir bin ich ja wirklich... Ich sag mal, maßlos enttäuscht. Das hätte ich nicht erwartet. 171 Lebenspunkte. Und das kann... Aber da kann der G-Mei-Schwert gar nicht anstinken hier. Das muss eigentlich eine eindeutige Sache sein. Ist es auch. Also, das mit dem Agenten ist natürlich schon eine feine Sache... ...weil man tatsächlich Kohle damit bekommt. Also, das ist schon mal nicht schlecht. Wollen wir mal unsere Kämpfe weiter ausstatten. Die müssen ja irgendwann mal in die... ...nächsten schlachten. Und da sollten sie dann auch komplett gerüstet sein. Wobei natürlich... ...komplett gerüstet hier... ...eine... ...eine Metapher ist. Denn ich werde natürlich hier niemanden komplett ausrüsten können... ...für den Anfang. Aber ihn hier zum Beispiel... ...habe ich schon deutlich aufgewertet. Und er hat... ...wie, er hat gar nichts am... ...Oberkörper. ...nochmal Kohle. Das ist natürlich ein Ding. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, die besten Greaves an. Das ist schon mal ganz gut. Und... ...kriegt nochmal... ...ein besseres Schild von mir. So. Ist ja schon mal nicht schlecht. Ist ja schon mal nicht schlecht. Und... ...ähm... ...jetzt... ...jetzt... ...was ist denn mit ihm eigentlich hier? Ah, jetzt hast du eine Puppe gemacht. Das ist gut. Thirsty. Nee, nee, Thirsty wollen wir nicht. Ah, der ist fertig mit Critical Strike. Und jetzt kann man diese neue Klasse machen. Das ist aber auch wichtig. Lass mal das da. Dann machst du wieder Stones. Und ich würde jetzt schon gerne nochmal einen weiteren... Oh, er hat was bekommen. Habe ich gar nicht gelesen. Das hätte jetzt mal funktioniert. Endlich. Endlich mal, muss man sagen. Gladius. Ja, man weiß natürlich jetzt nicht genau... ...was da beim Kämpfen dahinter steckt. Was war jetzt das gerade für eine Meldung? So, wenn ich es gerade verpasst. Was war jetzt da gerade? Naja, gewonnen ist gewonnen. Gut. Auch das ist wieder vorbei. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschau. Tschau. Tschau.